ein hippie tippie da ist etwas hinter dem kaktus aber ich möchte nur ungern beim nachsehen gestochen werden ach mädel kommen mit macht doch einfach mal einfach mal drauf zu feuerzeug jetzt aber jetzt auch ich stürze ok wäre wäre sehr interessant gewesen das pferd braucht seinen gefährten ah ja die gefährten wo ist das böse da ist das böse so gut wir haben stroheim spielkarte ein feuerzeug damit können wir glaube ich das feuer können wir hier mit dem feuer bisschen spielen nein der engel braucht seine flügel hier oben kann man nicht rein da muss man wasser losbinden hier haben wir nichts mehr medizinisches band aber wo hatten wir denn was zum verbrennen hier nehme ich an brauchen wir diesen kurken irgendwie eine möglichkeit den zweiten kurken zu herzuholen ach genau da braucht seine pfeile davon haben wir bis jetzt nur ein von drei ok das kann man nicht machen sieht wie texas geformt aus damit müssen wo die tiere sind anscheinend für ein weiteres spannendes rätsel dann gib mir die tasche ich verbrenne ich weiß wie ich den postboten in schach ich weiß wie ich den postboten in schach in schach kann schach kann ich habe ein bleistift ich werde ihn benutzen aber wie soll ich denn verbrennen hier strohhalm action strohhalm action ich brauche den code ich habe kein code ok wir haben kein code wir haben nichts außer irgendwelche sachen die wir nicht mehr wirklich brauchen dieser raum müsste jetzt fast komplett beendet sein bis auf so schlüssel schlüssel brauchen wir nicht bleistift braucht man nicht wenn das gehen würde habe ich mein geld gut angelegt aber wie ja aber aber du musst das doch eigentlich nur abziehen oder sie hat das ding geht nicht das kommt bestimmt später noch irgendwie mysteriöse art und weise wird das noch funktionieren eine dose wir brauchen ein tipi gut das kann man nicht benutzen weil wir es nicht aufkriegen hier brauchen wir eine möglichkeit weiteres windrad wir brauchen wir ein pferd die gefährden feuer bringt uns leider auch nichts schade strohhalm und wäre ja ich weiß nicht ob das so gut wäre ja ok mit mit was können wir das ding zur pflücken wir haben was haben wir ein kurkenzieher ich würde das ding gerne rausziehen und mal gucken was passiert aber wir haben ja nicht mal einen kurkenzieher wir haben aber eine karte spielkarte aber wofür geschlossen wenn ich etwas dünnes hätte wenn ich etwas dünnes hätte willst du mich verarschen also ehrlich jetzt dieser dieser bleistift nö der ist doch ziemlich dünn oder ist das etwa ein sehr dickerer bleistift der da nicht reinpassen würde aber wenn es möglich wäre dass er reinpasst aber gut er könnte abbrechen das wäre natürlich nicht so ahja ok ein rätsel das wird wieder sehr lustig werden wenn wir bis dahin kommen hier gibt es nichts da gibt es gar nichts okay so hier ist der typ da muss man hin zu dem müssen wir und müssen sagen du ich will dein amulett haben hier brennt alles vor sich hin der engel möchte seine flügel haben die wir leider nicht haben also die karte sieht verdammt so aus wie jetzt ob das der engel wäre aber ich kann ja schlecht feuerzeug mit karte hier brauchen wir einen toten kopf den wir aber auch nicht haben entweder nur den kopf oder auch den ganzen inhalt das roh muss man herab senken um dahin zu kommen okay das feuer ist heiß gut das ist nix der typ da steht nur dumm in der gegend rum hier drin ach so wachs ja natürlich okay gut lass das wachs schmelzen so wir bekommen wir bekommen eine rakete wir bekommen eine rakete wo ist die rakete ach da eine rakete und natürlich die zündschnur fehlt kann man okay das sollte jetzt eigentlich ein witz sein mit dem streich strohhalm okay kann ich die jetzt anzünden wir haben eine rakete mit einem strohhalm drin ja das ist sehr schön kriegen aber leider keine weitere info kriegen keine info wie ja wenn ich doch nur und wenn ich doch nur das und das könnte hierfür fehlt uns wie gesagt noch etwas wichtiges ein rad ein guter rad ist teuer hier haben wir nichts da haben wir nichts damit hier haben wir die patronen die haben wir aber auch nicht wir haben bis jetzt nur was ah ok es wird also wiederholt ok es gibt wiederholt äh ja wenn wir im gleichen aspekt peak ass mit einem neuen fundort gut dass ich es jetzt mitgekriegt habe weil sonst hätte ich jetzt ewig gesucht und gesucht und eine eule eine eule ein magnet magnet lacht lacht und wir kriegen eine uhr ein kompass Uhr oder kompass entweder oder ok das habe ich jetzt nicht gesehen ein wecker 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 das ist ein was ist das 1 wecker gut den feierzeug sehr schön damit die gas ein wecker ein gut sehr schön wir bekommen die gas schraubendreher endlich jetzt haben wir mehr fortschritt als überhaupt es geht gar nicht was wir jetzt für fortschritt haben also jetzt muss ich das auch noch selber machen nichts kann sie wir kriegen ein dosenöffner okay mit einer scherfe ja gut jetzt stellt sich wirklich die frage war es das wert war es das wert das dafür geld rauszuholen aber der raum ist jetzt komplett fertig sein nein wird nicht angezeigt okay gut wir haben eine schere das verfahren okay gut die rakete müssen wir noch irgendwie zusammen schustern aber wofür die schere dafür nein ich wollte gerade ich dachte mir schon so ach so für so würde ich auch gern die sachen öffnen ein kamofon ohne platte ist wie ein auto ohne reifen ja du sagst also so hätte ich das jetzt auch mal gerne aber mal die spitzen so schnipp 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 so erst mal hier zack das ist knallen ach toll es war ja jetzt voll effektiv ein zelt ein tipi und wir hatten doch noch irgendwas gekriegt hatten wir nicht noch irgendwas ach ne kugel okay jetzt haben wir drei von fünf kugeln das ist sehr schön das ist sehr schön das tibi da jetzt kommt natürlich gleich gibt die richtige reihenfolge an 1 2 3 4 wir kriegen den gefährten und ein weiteres bild auf die sich aussieht die dunkle materie eine fünf ja das war mir klar box handschuhe box handschuhe um schlager aus der russ das war handabdruck das war ein herz das war gar nichts das ist nichts das ist ein apple schlüssel und schloss eine ananas ich krieg keine info box handschuhe sehr schön scheibe ananas gut das ist gut zu wissen die haben aber doch hier haben wir das lecker lecker eine scheibe eine schere umschlag und ruse der umschlag des vernerbens oder einfach nur ruse das sind trauben stern uhr engelsflügel ja wir kriegen garantiert die engelsflügel dankeschön die ruse ist nicht da draußen schade hätte jetzt sollten sehr schön gewesen wo ist die ruse die ruse und stern stern und rosen stern und rosen stunden und rosen sonne bombe die Frage ist halt wieder was für eine art von ruse ist es ist es eine richtige ruse oder es ist eine aufgeklebte ruse oder hier eine gravierte ruse da oben ist die ruse sehr schön ein stern da hätten wir gleich nehmen können wir kriegen die sterne flügel sehr schön engelsflügel auf in die kirche lass mich rein heiliger engel guten tag gar niemand aber ein böses gesicht ist hier gut was haben wir denn hier feines so was haben wir hier ein kreuz dieser kanzel fehlt das kreuz ja der kleiderschrank ist zugenagelt ich brauche ein werkzeug um die bretter zu entfernen aber wer hat die zeit das alles zu machen wer macht sich die mühe was ist da eine böse klinik so einfach kann man mich nicht erschrecken und das werde ich bereit ach so das sollte erschrecker sein gut ich dachte schon das ist ja irgendwie sehr gut die klocke muss weg so frei die club glockenstück nehmen uns ein glockenstück und haben jetzt zwei feile zwei von drei ok was haben wir wo wir sagen können wir können vorankommen das haben wir jetzt ok dann können wir jetzt zum postboden gehen der war hier nicht der war nicht hier sondern der war da hallo herr postbode ich habe ja was so und mal gucken was erwartet mich jetzt und los finde gleiche bildpaare und ach so das ist auch ok ok das ist cool ok ok das spiel will einen ergang ok ja weil aber nicht mit mir mein guter nicht mit mir ok stiefel hufeisen stiefel ist da oben gitarre und hufeisen ok wir wissen ungefähr ich glaube hier war es hufeisen nein hier war es tipi ok da war das stiefel stern ok das war jetzt mehr als glück toll ebenfalls mehr als glück gitarre und die guten tipi 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 kaktus und ah schade sehr schön das ist quasi dieses memory extreme jetzt mit beweglichen bildern so jetzt glaube ich schon muss gleich geschafft oh gott jetzt eine mene muh ja und finde ich sehr schön lass mir geben was ich brauche und er gibt mir eine blinde göttin ist das eine gerechtigkeitsfigur oh die blinde 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 gerechteskeit ich weiß jetzt nicht wie sie heißt aber ich glaube die müsste blind sein ne handschellen handschellen ok jetzt können wir jetzt können wir fesselspielerchen machen oh gott wo hat denn jetzt die handschellen wofür brauchen wir jetzt handschellen können wir hier dadurch vielleicht oder ne 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 komm weg damit so ach was haben wir denn hier ich brauche einen speziellen aufziehschlüssel um dieses pferd in gang zu bringen ah ja 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 leider habe ich nichts es tut mir leid gut das haben wir gemeistert das können wir nicht meistern noch nicht wir haben nur zwei von drei pfeilen sie sind festgenommen Herr Schrank Schrankbretter fest ok Totenkopf so sieht der Totenkopf aus so muss es aussehen also komplett mit also komplettes Totenkopf Symbol weil hier sieht man es ja schon eigentlich schade aber ok handschellen ah ja ok ja 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 so haha erwischt oh nein oh nein ich komm nicht rein oh nein ja fesch gehabt ne das hat es mit x mein guter wir kriegen ein Bild da steht etwas auf der Post gerade ich kann nicht erkennen was ja warte mal so einmal hier bitte 658 was ist das nettes die Zahlen auf dieser Notiz müssen einen Code darstellen und ich weiß genau wo ich ihn eingeben muss ja wo denn haha so gib den Code ein 6 oh Gott bitte 5 nein ok ok 8 gut oh ja klar sehr schön gib her ein weiteres Gemälde beziehungsweise jetzt ist es ein Gemälde oder ein Bild ok dieses Bild können wir jetzt zu dem netten Mann hier schaffen hallo wege das Silberne eingerahmte Bild in die linke obere Ecke des Displays oh Gott ich kann das Problem ist ich kann die nicht drehen und wenden achso ich kann ja alles bewegen hier ja gut das war jetzt bisschen äh kann ich nochmal zurückgehen sehr schön so ok das können wir dahintun das können wir dahintun das können wir dahintun das können wir nicht dahintun das wäre falsch ok es ist halt immer blöd wenn du dann solche Langteile hast also so so zack zack so so nicht so ah verdammt jetzt ist das Problem da haben wir hier das Bild hier so h das würde vielleicht mal gucken wie los das geht nicht es geht nicht nochmal wir müssen das zu dem schloss bringen das geht überhaupt nicht so dass ich das hier unternehmen das wird schon unternehmen das wird stein machen dann würde ich das hier machen so zack 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 es hat wirklich dieses eine blöde bild was du alles total fahrt ja das geht ja nicht ich muss irgendwie diese kleinen teile dahin aber das funktioniert nicht ok wir kriegen eine schallplatte wie viel der music man schallplatte einfach nur schallplatte und die können wir jetzt dahinter ach guck mal wieder ein bild aber erst mal hier bergwerks abzeichen aber erst mal das bild können wir jetzt den grünen kleber mit die dunkle materie als kette der fisch wenn man ungefähr schon mal gesehen hat die sagen vorher gesehen hat bevor es soweit ist das halt eigentlich bisschen blöd weil man einiges dann schon kennt dass man dann schon weiß da muss ich jetzt hin da muss ich gucken und da ist der rest von allem etikett das ist eine flasche wein kann ich hier reingehen also hier in bäscher bäscher wein ja das sagt ja alles nach guck mal dabei wo jetzt aber leer feuerbarer voll gewesen was eigentlich schon teilweise wieder ein kleiner spoiler worte mit mir wissen aha da muss es hin einmal kopfschmuck zum mitnehmen das ist kein kopfschmuck wir haben kopfschmuck und wir kriegen was kriegen wir wir kriegen den kopfschmuck was what why ja gut der typ braucht natürlich ja ok aber er hat ja ja sein kürcher ist leer wir haben bergwerk abzeichen wo ich jetzt noch keine ahnung habe wohin damit oder überhaupt was ach warte mal hier vielleicht kann ich nicht bin jetzt mich da moment die karte oh halleluja wir haben es endlich ein großer erfolg oder auch nicht ok ach nee warte mal äh ist wie texas geformt um ihn zu öffnen brauche ich die kombination ist wie texas geformt ja aber wir haben doch wir haben doch wir haben doch hier was soll ich denn jetzt bleistift haben wir keinen mehr mit dem feuer ok hat man schon probiert mit der rakete wird das leider auch nichts kann ich hier vielleicht irgendwas machen rakete und nee das geht ja nicht weil das muss man ja kombinieren ok gut wir haben jetzt die beiden sachen wir haben eine kombination wir haben keine ahnung wie wir das zusammensetzen gut natürlich nicht so gut aber ja es muss es muss okay das geht natürlich nicht ähm hier fehlt wie immer noch das kreuz das müssen wir wieder überlegen moment ok ich dachte ich hätte jetzt was gesehen was vielleicht zur hilfe wäre aber leider doch nicht ok das geht nicht wir brauchen noch ein paar kugeln wir brauchen noch zwei kugeln und dieser indianer wird sie uns sicherlich geben wenn wir ihm seine köcher zurückgeben seine pfeile die pfeilgänge hier haben wir die Wünndmühle die muss noch zusammengeflickt werden wir hatten noch einen ja gut ich ja gut es wäre jetzt ob blöd wenn ich jetzt ja okay hier passiert nichts mehr das sind nur noch die kugeln naja dachte ich mir irgendwo irgendwo muss irgendwo wieder was sein ein brief fiel fehlt aber bedenkt im hauptspiel war es nicht so ne da hat man verschiedene gehabt ich tue jetzt einfach mal drauf los drücken so Tintenfass und eine Briefmarke Tintenfass das war es nicht aber ok Paket ähm da war gerade das das Paket geht nicht dann nehmen wir das ein halfter halfter Tintenfass Briefmarke und Reißzwecke und Windmühle Windmühle ok Windmühle sagt mir jetzt gerade gar nichts ne also ich bin jetzt gerade wirklich so hm Tintenfass Briefmarke Briefmarke dass es irgendwas kaputt ist das muss man zusammenflicken so Briefmarke zusammengeflickt und fertig ja damit geht aber schnell ne ohne irgendwie Klebstoff oder so einfach so zusammengebaut aber jetzt noch die Windmühle 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 wo bist du die Windmühle kleine Windmühle kleine Windmühle ok das ist jetzt ok die Windmühle ist jetzt ein bisschen windig so jetzt muss ich grad wirklich mal gucken wo die sein könnte weil ich sehe die hier gerade absolut nicht die Windmühle die Windmühle ist die Windmühle die Windmühle